Die Köln Das wird so schnell nichts. Ich habe ihn erst mal aufgeteilt. Wieso denn? Ach, ich weiß nicht. Ich plane nicht so gerne in die Zukunft. Und, naja, gut, auf lange Sicht wird es schon Sinn machen. Die Zimmer auf der Finca, die sind echt klein. Hast du eigentlich schon mal mit dem Mann zusammengelebt? Aquarius? Hey! Hi! Ja? Thomas ist ja spannend. Nee, ich bin alleine im Laden heute Nachmittag. Okay, ciao. Ciao. Ja, und wieder dein Liebster. Er hat irgendeine Überraschung für mich. Ja, und? Ja, keine Ahnung, er hat es spannend gemacht. Du musst Volker irgendwie austricksen, damit er vor Gericht unglaubwürdig erscheinen. Keine Chance auf einen deutschen Gericht. Die gehen doch dem Schwachsinn von jedem Psychopathen auf den Leim. Ich finde, du solltest Volker irgendwas zur Wiedergutmachung einbieten. Was soll er sein, bitte konkret? Keine Ahnung. Ich muss auch los, zu meiner Schwangerschaftsgymnastik ins Wellnesscenter. Ciao. 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 Wellnesscenter. So ein Blödsinn. Das würde ich nicht sagen. Wieso? Der Wellnessmarkt hat in den letzten zwei Jahren eine zweistellige Zuwachsrate erreicht. Da steckt eine Menge Kohle drin. Ja, in Deutschland vielleicht, aber nicht in Spanien. Ja, in Spanien hat es auch noch niemand richtig probiert. Wie sind das Center in Palma? Na, Center ist übertrieben. Das ist eher eine Turnhalle. Viele Kunden? Nee. Aber wenn das Ambiente nicht stimmt, dann nützen auch Top-Trainer nichts, um den Laden vollzukriegen. Das heißt also... Das heißt also... Marmorfußboden, spiegelverklaste Trainingsräume, Badelandschaft, komfortable Unterbringung in unserem Hotel, mit Shuttle-Service zum Center. Wellness-Center-Sonnen-Vend. Klingt edel. Unter der Bauleitung von Volker Stein. Oh, Mist. Wow. Habt ihr gestern Nacht hier noch eine Party gefeiert? Als ich vorhin hier weg bin, sah es mal ganz normal aus. Ja, ist ja ein sehr rücksichtsvoller Mitbewohner. Ich habe gewusst, dass ein bisschen chaotisch ist, aber das... Ist ja fast so schlimm wie Lukas. Das gibt Ärger. Ja, gib ihm alles. Ja, ich mache ihn zur Schnecke. Oh la la. Ich habe euch doch hoffentlich nicht beim Knutschen gestört. Ja, wie kommst du drauf? Schauen wir, was ich gefunden habe. Mein Lieblingsflücht. Glaubst du in die Ecke im Supermarkt? Toll. Ich habe so einen derben Hunger heute Morgen. Holt ihr auch was? Hast du deine Augen auch zu? Ja. Okay, dann darfst du jetzt aufsteigen. Darf ich sie jetzt aufmachen? Moment noch. Mach das aber so spannend. Noch ein Stück? Okay. Jetzt. Ich habe mir heute Nachmittag hier eine Wohnung angeschaut und ich wusste sofort, wie ist es. Super Lage, groß, modern, total ruhig. Und vor allem, die Miete ist bezahlbar. Ja. Mark, ich weiß jetzt gar nicht, was ich... Warte, ich habe noch was für dich. Es ist mir verdammt wichtig, mit dir zusammenzuleben. Und ich will, dass du das weißt. Von wegen, sturmfrei, Bruder. Wie lange sollen es jetzt mit ihm noch weitergehen? Ja, mein Gott, wir müssen halt ein bisschen Rücksicht aufeinander nehmen und zusammenrücken. Mit der vielleicht Rücksicht? Ich meine, wir... Wir hatten dieses ganze Chaos hier verbreitet. Es gibt wenig ihm schon ab, jetzt kommen wir runter. Ich soll runterkommen. Wieso muss ich eigentlich immer Rücksicht nehmen? Zuerst auf meine Eltern. Aus lauter Rücksicht halten wir unsere Beziehung geheim. Und dann verbiege ich mich noch und gebe diesen Penner da als meinen Freund aus. Jetzt wäg dich mal ab, Carina. Mach dich mal ein bisschen locker. Mach du mich bloß mal nicht so von der Seite an, ja? Ich hab mich die Schnauze voll. Ja, Carina, aber... Kannst du ein Temperament für deine kleine Freundin? Ja, sie ist manchmal ein bisschen aufbausend. Ach, beruhig dich, die kommt schon wieder runter von ihrem Trip. Ich hab den Mietvertrag ja noch nicht unterschrieben. Wenn's dir nicht gefällt, dann... Dann können wir auch weitersuchen. Marc, es ist nicht das Haus, es ist... Es ist, ähm... Dazu, ich mein das wirklich ernst mit dir. Das weiß ich doch. Okay, vielleicht kommt das jetzt alles ein bisschen plötzlich und... Das mit dem Ring ist auch eher symbolisch gemeint. Ich... Ich dachte, mit dem Heiraten kann man sich ja noch ein bisschen Zeit lassen. Marc, ich könnte dich gar nicht heiraten. Wieso ich... Ich dachte... Nein, es... Es geht nicht, weil... Ich bin schon verheiratet. Ich denke, mit dem Rotterdam... Untertitelung des ZDF, 2020